Willkommen zur Runde Jump League auf dem Play-Minity-Server. Wo denn auch sonst? So, ich wollte gerade sagen, ich kenne das Modul gar nicht. Dabei kenne ich es sogar. Und in der ersten Kiste gar kein Schwert. Wow, das hatte ich noch nie. Oh, das Modul, wo ich mich zuerst nicht ausgekannt habe. Jetzt weiß ich ja, dass ich hier rüber springen muss. das ist fast nicht ausgegangen, weil ich einfach nur so drauf losgesprungen bin. So. Das war komplett unnötig, der Sprung. Egal. Ah, das Cookie-Modul. Ah, Gott. Oh Gott. Ah, wo bin ich? Oh Gott, der Erste. So. Ah ja, danke. Und hier rüber, da es nichts drin, was man brauchen kann. Meine Flint, ja, aber ist jetzt nicht so wichtig. Ah, ist das ein Rubik's Cube? Sieht so aus, ja. Muss ich da runter? An Shannon schon. Und hier rüber, oder wie? Also hier rauf. Von hier gehe ich mal davon aus. Ich erkenne jetzt nicht so richtig viel, aber... Ich hole mir auf jeden Fall mal die Kiste. Ja, nice. Und... Sprüngle... Nein. Jetzt aber. Und hier rüber. Und da hoch jetzt, oder wie? Ja, und hier rüber. Okay, und hier rauf. Und da rauf. Und hier hoch. Nice. Soll ich mich keine vergackt, ist das jetzt auch noch? Nee. Okay. Wir haben ihn schon ein bisschen eingeholt, den... ...andern Typi. Aber nur ein bisschen. Der hat, glaube ich, auch gerade den... ...des siebten Checkpoint erreicht. Nee, er ist, glaube ich, beim Modul sieben. Ja, muss er ja sein, aber ich bin gerade... ...echt zu schlecht für das Modul. Dabei ist das wirklich einfach. Na, ich meine... Ich gehe das gerade zu locker an, das Modul. Ey. So. Wenn man sich mal ein bisschen bemüht, dann geht's auch. Aber nur dann. So. Gut. Ey, der ist mir immer ein Modul voraus. So, komm, das hast du vorhin in der Abstopperrunde auch geschafft, deine... ...ich hätte nämlich schon ein paar Aufnahmen jetzt immer so ab und zu... ...wollte ich eigentlich mal öfters Jump League bringen. Aber ich habe ja dann für immer noch abgestoppt. Ich dachte, das ist nur ein QSG so. Aber das ist anscheinend wie ein Jump League auch so. Und das ist nicht so. Äh... Okay. Oh. Okay. Äh, nee. Mehr brauche ich nicht. Boah. Ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich das Modul schon, dann wäre ich fast noch runtergefallen. Ich glaube, man kann den Sprung hier rauf auch schaffen, was für mich nicht notwendig ist. Und ich bin wieder voll albern. Dankeschön. Habe aber immer noch keine Angel. Nein, nicht schon wieder so ein Sprung. Ich weiß nicht, wie ich den machen soll. Ich meine, ich habe da jetzt das erste Mal mit Shift probiert. Aber auf jeden Fall, mit Shift geht das nicht. Habe ich gerade herausgefunden. Mit Shift wird das auch nie gehen. Geht das eigentlich? Ja, das geht. Ja. Okay, ich packe hier immer ein bisschen rum. Ja, okay, das geht auch. Okay, runterlaufen geht auch. Okay, jetzt habe ich ihn erst wieder so gemacht. Er hat ihn geschafft. Was mir aber nicht viel bringt, weil ich eigentlich dasselbe Equip wie er haben sollte. Außer natürlich, er hat eine Angel. Oh Gott. Danke. Oh Gott, so schiss, dass ich noch runterfalle. Ich war kack. Ich war kack einfach den Glaspernensprung hier. Der ist auch nicht leicht. Hier rüber. Darauf. Darauf. Nein. Boah. Nein. Nein. Ja. So. Los geht's. Ja, da kommt der schon abstauben. Ja, natürlich geht er auf mich. Ey. Stirb. Stirb. Du. Alter. Ihr seid alle. Was ist denn los hier? Großes Teaming gegen mich oder wie? Boah. Sehe ich da hinten schon wieder den Nächsten kommen? Boah, ich muss ihn jetzt erstmal erholen. Kein Problem. Hier kommt es ja nicht mehr weit. Gott sei Dank kann ich mich gegen. Ein bisschen. Ja, und ich werde wieder von hinten. Boah, ey. Okay. Ja, hast du dir gedacht? Jetzt ist es kaputt gegangen, ne? Jetzt ist es kaputt gegangen. Okay. Ja, okay. Ja. GG. Ja, okay. Er schreibt wenigstens GG. Auch wenn er mich hart getargetet hat. Aber für das, dass er so weit war, hat er echt schlechtes Equip gehabt. Kann ich auch in irgendeiner Weise nachvollziehen. Aber jedenfalls war es das jetzt. Mit der Runde Jump League. Ich bedanke mich für's Zuschauen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. 2ache Grüße Los Angeles смотрите 불� 478-6500-6500-1703-5600-6500-72007-6300-8400-6444-7300-6300-6354-7300-6400-5400-4400-8000-8000-8800-4200-6400-6400-22008-65004-6000-7400-8400-8400-6300-6300-70004400-4500-6500-7500-65005-7300-3500-6000-8400-6800-6600-7500-W9800-6400-7000-6700-5400-6500-8400-6500-7000-7200-8400-7500-6500-6100-7500-9400-6500-6000-8400-7400-8500-7400-6500-7400-8500